Auf der PS3 bei der ersten Generation war es ja so, dass man die alten Spiele spielen konnte, die PS2 und 1 Spiele, das haben sie aber weggemacht, weil die Leute sich dann in die Spiele, weil die halt noch für PS2 und PS3 entwickelt wurden, dann für die PS2 gekauft und auf der PS3 gespielt, weil es einfach günstiger war, auch wenn die Spiele dann wesentlich beschissener aussahen. Deswegen hat man das mal nicht irgendwie weggemacht, ob das jetzt wirklich der Grund war, weiß ich nicht, aber ich hab das früher immer so gemacht, deswegen. Ja, auf jeden Fall, ich hatte ja die erste Generation, die ist mir dann aber irgendwann mal angefangen zu brennen und dann hab ich mir eine neue gekauft. Woher mag das wohl kommen, ne? Ja. Also ich hab's ja nicht angezündet, ich seh, es ist nur zu heiß geworden. Das war beim Killzone 3 Spiel. Alter, jetzt muss ich die Zeit wieder haben. Ich glaub, da hatte ich sogar noch ein, äh, Video in der, dabei hab ich ein Video gerade gemacht, glaubt, ey. Okay. Hab ein Video gemacht beim Killzone 3 Spiel und dann ist mein Playstation den Arsch gegangen. So, jetzt fällig aber nicht bei dem Schwung hier. Ja, Mann, komm. Und sag dem Meister Hallo, Biatsch, hä? Congratulations, you've beaten Medium Training. So, jetzt hab ich gehört hier, erstmal das Wetter wieder schön machen. Und Game-Mode aktivieren. Was haben wir noch für schöne Tränke? Ach Gott! Der Heilung. So, und jetzt hab ich gehört, du brauchst Tränke? Hm? Dann komm, geh sterben, ne? Dann komm, geh sterben. Dann sag der, geh sterben. Okay, komm, 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 packst du, packst du. Einfach nur springen. Einfach nur springen. So, und dann nicht runterfallen. Diese Stelle, die passierte so oft, ey. Ich hasse das. Ich hasse das. Ich fühl mich gerade so wie Harry Potter beim Quidditch spielen. Also, ich glaub, das haben sich die Entwickler nicht gedacht, dass man im Kreativmodus sich wie Harry Potter vorkommt. Ja, weiß ich doch nicht. Ja, sauber. Wunderschön, wund, oh, schön. So, und jetzt, jetzt musst du Doppelsprung machen und dann direkt weiterspringen. Ja, ja, ja. Und jetzt worauf du darauf, ne? Darauf, ab jetzt musst du dich echt konzentrieren, weil die Sprünge sind nicht schwierig, aber, naja. Ja, ich hätte Doppelsprung machen müssen, ey. Aber ich, ja, es hat irgendwie nicht gewollt. Doppelsprung. Was ist da, Tor? Tor auf Trink. Vergiftung, ich wollte eigentlich. Der Schwächste. Ach Gott. Ja, Gott. Wo bist du? Ich bin hier tot. Ich glaube, ich kann springen. Warum springe ich da? Ey, da ist ja ein Tunnel. Wo ist ein Tunnel? Da ist ein Geheimgang unten im Wasser. Was macht der Trank? Regenari- 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 Regeneration. Mein Gott. Boah, jetzt ist ich über Blubberbläschen, ey. Ah, okay, ja gut. Dann war das der richtige Trank, den ich haben wollte. Und nein, ich bin nicht high. Blubberbläschen, Blubberbläschen. Wie sieht das aus? Das sehe ich natürlich nicht, schade. Ja, ja, geil. Ganz rechts anfangen möglichst, damit du... Perfekt. Und jetzt musst du auch ganz links anfangen, weil sonst springst du nämlich volle Pulle gegen das Ding. Ja, 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 ja. Und ja, komm. Geil, sauber. You've beaten Medium Training. Wunderschön. War schon mittel, Alter. Ey, das war noch nicht schwer genug, ey. Game Mode. Teleport Station. Please go in here. Warum ist die Tür nicht offen? Ach so, da. Und ab geht's. Teleport Station. Müssen wir da reingehen? Ja. You've decided to give the hard training a try. This training course unlocks extreme, äh... Über-extreme. Über-extreme and insane areas. That is what an expert should be able to do. Level 30 oder 30. Sneak exactly when you touch the letters. Okay, also. What? Hä? What? Verstehst du das? Ja. Am Arsch, Junge. Cheater. Mach den Heck aus. Hey. Hey. Das ist nicht lustig. Ach so. Ach so. Ach nö, das ist doch scheiße. Jetzt muss ich das die ganze Zeit machen, oder wie? Über Junge am Arsch, ey. Versteht da? I'm not gonna spam again. Okay. Boah, das geht ja richtig hoch. Alter, ihr legt mich an. Three jumps. Von hier sind es noch drei. Nein! Oh, 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 oh. The long way down, ja, das stimmt. Alter, warte, wenn ich jetzt gleich runterfalle, ey. Boah, ich dachte, ich falle beim letzten runter, weil da ist die Decke niedriger. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht. Nein! Oh, ja, warte, nein, 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 nein. Ich bin, ich lebe noch. Ich bin wieder hier. Ja, oh, um Gottes Willen. Alter Vater. Wow, wusch. Wow, wusch. Checkpoint. Checkpoint. Checkpoint, die Welt. Level 21. Let's do some more corner jumps. Nein. Nein. Die waren voll geil. Ich hasse diese Conner. Ach, das sind, ah, die sind das. Ich dachte, die mit den Leitern. Alter, das verstehe ich nicht. Ach so. Ach, von hier. Oh. Alter. You gotta be kidding me right now, huh? Also der, der, oh, what the fuck, man. Ah, ja, nice. Alter, jetzt blockiere ich meine Sicht, man. Ja, wie soll man da hochkommen? Genau, das habe ich mich auch gefragt. Wahrscheinlich. Ah, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ah, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ah, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ich habe es dann einen weiter. Nicht mit mir. Alter, das Wetter, das stört mich aber echt hier mit dem Regen immer. Kann man das irgendwie umstellen, dass das immer auf schönem Wetter bleibt? Ne, keine Ahnung. Das geht doch mit Sicherheit irgendwie vom Server aus. Alter, Regen, hör auf. Ohne Mist. Echt, schau. Hä, wie soll man da hinkommen? Ich, also ich, ich habe es geschafft, du musst ganz hinten anfangen. Ja, ich habe es auch einmal geschafft, dann habe ich nochmal leer, das hast du genau runtergesprungen. Ach, leck mich doch, Anna Muschi. Nein, das war keine Aufforderung, ist das. Ah, ah. Nein, nicht, nicht schlagen. Schade. Nein, 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 geh weg, geh weg. Bleib weg. Geh weg. Ich will das jetzt schaffen, geh weg. Nein. Du schaffst es sowieso nicht. Ich schaff das. Pass auf. Nein, 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 ich habe es wieder geschaffen, bin wieder. Ach, leck mich, da habe ich den Doppelsprung nicht gemacht. Alter, hör auf. Du hast es so, du hast es nicht anders gewollt. Du hast es nicht anders gewollt. Du kommst da nicht mehr raus, doch. Sicher komme ich da raus, ich bin allmächtig, ich schaff das. Ah. Nein, Alter. Boah, du hättest mich fast auf das andere Ding noch katapultiert. Ja, jetzt haben wir da Hilfestellung gemacht, mal gucken, ob das geht. Ich schlage dich da hoch. Nein, am Arsch. Dann springen wir mal und ich versuche es dann. Ich schaffe das auch ohne deine Hilfe. Nee, warte, lass mal versuchen. Ja, okay, aber. Ja, logisch. Aber es war knapp. Hättest du ein bisschen früher das gemacht, dann hätte es geklappt wahrscheinlich. Ja, ich bin drauf. Ich auch, wow. Nein, fuck, und dann habe ich jetzt natürlich. Bei diesen ganz einfachen Dingern fällt mir dann eigentlich im Prinzip immer. Das ist dann immer echt erniedrigend, genauso wie das gerade. Och, Mendo. Boah, das geht richtig hoch noch. Wie, jetzt wirklich? Ja. Ich habe mich schon so gefreut, dass... Boah, und ich habe es geschafft. Wie, du, jetzt habe ich bloß was geschafft. Doch, ich bin hier oben. Nice. Hallo. Ich habe richtig schiss, dass ich da runterfalle, ey. Der ist nicht. Shift. Über den Sprung gegen das Dingern. Ja. Ja, ich muss da erstmal hinkommen. Das.